Und auf in Welten, ne, nicht zwei. Drei mal hab ich schon. Drei mal hab ich auch. Schmeckst du? Nein, ich doch nicht. Das war ein kleiner, schwächer Anfall. Lass mich. Schäm dich. Hangelei an Wolljahnen. Du kannst mit der Zunge Items einsammeln. Na, dann mal. Ich werde in diesem Level stellen wir fest, warum es diesen Bonus gibt. Kann sein. Ne. Bauschal ist mal einsam. Oh, wir klopfen uns ja auch noch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich darf ihn aber nicht verdauen. Ich darf den Affen nicht verdauen. Ich spuck die Affen wieder aus, okay. Nein. Yay. Haben wir noch. Plump. Aha. Halt, warte, warte. Was, 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 was? Da links? Oh. Oh, Wolle. Wieder mit Green? Mhm. Passend zur Thematik. Hui. Da hab ich. Bam. Oh, okay. Was soll man das bringen? Da oben rauf. Und was will ich links? Weiß ich nicht. Ach so, ich, ah, gibt's Röhre. Okay. Wow. Gott sei Dank. Ich hab's gerade im Augenblick noch gesehen. So. Haben wir wirklich noch raus. Das finde ich gut. Und das ist auch Schwierigkeiten, ja? Ja. Oh, echt? Bums. Den zerstack ich ihn noch. Ihr kommt, ihr kommt, ich mach mich mal. Ich bin da. Was ist das? Kann man da was machen? Kann man nicht. Okay. Ja, dann nicht, 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 nicht schüssig werden. Dann durchziehen. Panik. Ja, wieso freist du mich denn? Da konnte ich nichts für. Hoch mit dich. Und hier an die Liane. Was schniefst du? Und wir waren einfach mal so. Ich schläge heute. Ich weiß, was brennend ist. Wolle. Ich weiß nicht, brennende Herzen. Oder was ist das, was die Werbung hier ist? Warte mal, stopp, 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 stopp. Was sind Bomben oder? Ich bin ich endlich. Bär. Na toll. Und von der Scheiße. Oh, hier ist ein Verstecktes. Nimm mich, nimm mich. Ich nehm den erst mal. Bumpf. Nimm Blümchen. Nimm mich, nimm mich. Da hast du aber schweig, ob es da eine Plattform unter war, ey. Unwesentlich. Was soll das eigentlich sein? Schwamm, Käse? Biskuit. Oh. Okay. Biskuit? Ja. Melone für dich. Ja, du nagelsam, aggressiv durch. Ich schieße dir ein bisschen dagegen. Ich darf nicht mehr. Ich brauche noch eine Melone. Hame. Was, 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 was? Komplett durchgekullert? Wo ist die Röhre? War die weiter rechts? Ah, da ist hier. Versuchen wir nochmal. Das kann doch nicht sein. Ah, siehst du. Und nochmal. So, du springst als erstes links rauf. Und stopp. Dann schnapp ich mit dich. Nein. Ja. Ja, bleib doch nicht. Nichts machen. Nicht. Vorsicht. Ich brauche die Melone. Scheiße. Ist egal. Nimm, nimm, nimm. Nimm, nimm. Nimm, nimm, nimm. Nimm, nimm, nimm. Nimm, nimm, nimm. Nimm, 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 nimm. Ich mache das. Ich freue mich dir unauffällig. Gut, wir haben die Wunder. Das war das Wichtigste. So. Ja, komm. Schlepp moment. Ja, und du dann noch mit deinem verheerenden Befreiungsaktion. Oh, ich will die Melone. So, wieder runter, bitte. Wieder runter. Ich habe erst mal freigeschossen. Das ist ja gut gemacht. Geh doch ran, du Schmock. So, das gibt's hier. Wir brauchen noch eine Rolle irgendwie. Schnapp's dir. Gut. Wie war jetzt unser Wollstand gerade? Ich habe keine Ahnung. Was? Was war da denn? Das war das Äffchen. Ach, das habe ich nicht gesehen. Kackvieh. Nein! Nimm mal, ich habe auch vorbereitet. Wolle. Da, Wolle. Meine Wolle. Yay! Du bist ja platt? Dann warte ich mal auf dich, dass du mit durchhüpfen kannst, ne? Erstmal schieß ich den Appen da rein. Kommst du runter? Wir haben ein Blümchen. Wir haben ein Bonus-Spiel. Geile Scheiße. Wir haben ein Blümchen. Wir haben ein Bonus-Spiel. Ich sage, die Nase ist gelb, der Rest ist grün. Mhm. Das könnte er hinhauen. Wir werden es aber erst nach dem Bonus-Spiel rausfinden. Ja. Kann man hier überhaupt alles kriegen? Ich bin mir noch nicht sicher. Eins habe ich selbst eingesammelt. Da warst du besser. Ja. So ein selbstverständliches, ja? Ja. Immerhin irgendwas habe ich auch mal hingekriegt. Sehr schön. Yay! Meloni Oshiii. Mhmm. Dschungel Oshiii. Wurde wir jetzt am Hegel. Ja, ne. Kann man das sein? Kann man das sein? Kack auf mit Zaun? Ja. Lakitos im Loch. Ähm. Ah, okay. Wurst. Ach. Die Film von Alarme. Mhmm. Oh, mit Echo. Witzig oben. Geh du mal da oben. Ich schieb dir mal welche da hin. Hier unten. Hier unten. Hier unten ist ein. Ja, schluck dir doch. Ach, das ist ein Lettel roll von alleine. Dann musst du auch mal hier... Nase. Nase. Steh mir jetzt nicht im Weg rum. Ich versuche den Kram zu ballern. Nicht, dass wir dann Wolle oder irgendwas verpassen. Wolle holst dir. Und die Wolle. Hast du die Wolle? Wo bist du denn? Ich hab die Wolle. Ich hab die Wolle nicht. Nee, wo bin ich denn jetzt? Was ist jetzt los? Ach, das habe ich gegessen. Sag. Du. Genau. Du bist meine Munition. Deshalb wollte ich auch keine Wolle. Mit sowas habe ich nur nicht von gerechnet. Deswegen wollte ich keine Wolle. Ist cool. Da oben ist Wolle. Ich schieße dich jetzt in hier unten rein. Ich schieße dich da unten rein. Komm her. Nein, ich muss verbrauchen die Wolle jetzt. Huch mit dir. Da. Nix, 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 nix. Bring mir nicht mehr. Ich bin tot. Hast du noch nicht schlecht? Ja, dann jetzt du ich da. Ich komme nicht. Ich auch nicht. Wo jetzt nicht im Markt stehen. Mann. Wissen Sie davor? Gibt es was gutes? Ich habe nichts mehr zu schießen. Glückter nicht. Bumpf. Eine Tür. Ab und weg und durch die Mitte. Ich bin froh, dass das Level nicht mehr scrollt. Hm? Ich bin froh, dass das Level nicht mehr scrollt. Na! Ja? Wolltest du was sagen? Was denn? Hast du was gesehen da oben? Nein, ich wollte einfach nicht sterben. Achso, dann komm. Du Arsch. Kann man hier rein? Puh. Warte. Anai! Warte, warte, warte. Warte, 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 warte! Ich hab's geschafft! Uh, warte, meh? Wolle, wolle, wolle? Wolle, wolle? Wolle? Wieso ist hier keine Wolle? Wieso ist hier keine Wolle? Ich bin für mich verarscht. Warte mal entweder. da fehlt uns doch bestimmt jetzt mindestens eine oder ja so kann man hier links und rein warte mal was denn was dann dass ich da noch was möchtest du denn ich würde gucken ob da oben noch was ist das jetzt mal etappenweise rolle nicht gut tür oder nummer drei tatsächlich um nichts ausgelassen sehr viel steck moment ja da kann ich nicht mehr schnell genug hoch halte ich ein schnuffel ja komm ich spucken ich habe es verpasst was ist gewesen wir wahrscheinlich wort nur sehr bestimmt nur ein blümchen gewesen und glaube nicht besonders und wenn ich ran kann es noch mal erzählen danke hier ist ein 1 1 1 1 tür durch die sich durch kommt jetzt vielleicht hätte man sich da nach unten und dann haben wir alles ja ja gut das wolle und das versuchen kann man das wollte ja und ich bin auch noch eine tür haben wir jetzt darauf geachtet habe ist es noch nahtlos oder wer habe ich jetzt auch nicht darauf geachtet ist wahrscheinlich ich weiß mal hier links warum das ist ja das gefällt ich hänge an dem das quittier fest ist das wirklich bestimmt ich möchte auch nicht mehr ich habe doch nichts weiter in den gut das funktioniert nicht problem gelöst da hättest du durchgekonnt wo unter links ja scheiße da müssen wir noch gerade hier ja ach so wo ich die norman des blühen geschossen das ist schon ganz wir sind draußen haben auch kein hall mehr ich war mal kurz damit ich hier noch mal ich habe alle angehalten ist so gut gemacht ich reite auf schnuffelerin schnuffel und die packen das kleines schweinchen ich habe nichts gekriegt dann schluckst du mich und spuckst mich in den abgrund schluck mich und spruck mich und ja wir hatten alle in fröhlichen dschungelfarben weiß schwarz in den farben nicht aus dem zogen jeder zweite stein so viel geld war das gar nicht ja ich mir auch gerade gedacht lakitu joshi den finde ich aber nicht so toll und lakitu von laktose ich keine ahnung wie sie meinen namen damals gekommen sind möchte den spiel nein flusslos da kommen jetzt will ich mal hier heraus die itemkiste haben muss das denn ich verstecke die gewählten sich klasse man nicht etwas gegen laba hat hier bestimmt voll sinn gemacht jetzt mit sicherheit ja du bist ein fan von feuerschutz in wasser wenn ja das ist die kürze was auch ein wolf wohl hecht kann man sich einstellen kann man nicht solcher gegen schießen kommst du noch mal auf die system action action hier ist ganz viel kram kommst du mal ja ich bin doch da hallo kann ich dir sagen ich ja auch auf das genau und ja doch alles mal haben wir kommen ich koordiniert läuft das mit jener flog dann ist schon ende okay die münchen ach dieses ist der ein nicht ich gehe jetzt ja wie das herz und dann schießt mich mal genau nein geht nicht nein wie soll denn jetzt hättest auch oben bleiben können also auf den plattform wenigstens wusste ich euch brauchte ich doch links sieht es aber aus als wenn da noch was ich bin jetzt erstmal tot der einfachheit halber das oder links da wo da links da wo da was ist denn da nicht das ist doch nichts ist da gerade so als wenn da was hätte sein weiter nein nicht da links wenig sind gut die warte wieder bunt in farbe und wir werden wieder wir sind joshies nächsten joshie bewege dich wie ein fisch und wasser drücken wie um eine wirbelattacke auszuführen meine action ja fahrt das passen und heiming nicht will und das wir haben man so fischi hast du schon gewonnen ist so versteckt ist auch immer an diesem level ich habe noch keine gesehen wieso nicht weil sie nicht da oben war und heim ich habe einfach nicht du hast die wolle auskommt wie sie kriegen wir das jetzt noch nicht den fall dann kriegen es wahrscheinlich oder trotzdem keine ahnung ich denke wir haben es trotzdem nicht einfach noch mal machen das nicht über die tipp ausgeworfen hier sind wir schon wollen nein 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 ja jetzt holst du das ja volle darauf irgendwie lang kann man es nicht sehen so schnell geht es aber nicht runter hier Was ist euer ernst Hau rein und verpasst nicht die letzte Wolle! Wo ist die letzte Wolle? Fehlt uns noch eine? Eine, die letzte nur. Da drin bestimmt. Hoffen wir es mal. Yes! Ich bin der Wollsammler. Voll gut. Blumen! Zweimal! Wenn ihr willkommen zweimal am Bros-Level spielen jetzt? Nein, hatten wir aber schon mal. Mit zwei Blümchen. Dann gibt es ein geileres Bros-Level oder so? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Okay. Rot-gelber Yoshi. Ein Nixen Yoshi. Ohne Beine. Das ist eine Flosse. Der läuft auch nicht durch die Gegend. Weil ein Land und so. Ne, der schwimmt auch, wo wir kein Wasser mehr hast. Ich bin nur noch nicht. Ich bin nur noch nicht weg. Ja! Das hier unten eine Quitte vergessen. Und ja, ich weiß, es war eine Kiwi. Das hier unten geht. Das heißt schimbolst nicht live. Anschließend haben wir die centre nie raus. Wir fahren mit den Schrauben. Untertitelung. BR 2018